Applaus Ich weiß auch nicht, warum diese Kapos immer so gebaut sind, dass sich die Gitarren verstirmen. Und die Gitarren so gebaut, dass wenn man kapot drauf hat, die sich verstirmen. Either way, jedes Mal stehe ich so blöd ab. Ich lüge nicht. Ganz selten. Naja, ich mache ja kein Klassiker. Okay. Der Nächste. Vielen Dank. Dankeschön. Geil. Auf Wiedersehen. Danke.